So und da sind wir wieder, äh, wir sind jetzt im Skill-Baum und versuchen jetzt noch was zu skillen, whatever auch immer, so, also ne Hand, Todesstoß, hm, dann nehm ich mal die Wäden, hä, wieso renne ich jetzt gegen ne Wand, was wird du denn? Ich wusste schon immer, du hast ne weibliche Seite. Aua, hau! Die wartet? Da die gleichen Wappen wie sonst auch immer, äh, ein anderer Charakter. Ah, der Typ sieht nicht schlecht aus. Was sieht nicht schlecht aus? Der Typchen. Ein Roboter? Ja. Nur für bestimmte Zeit. Das ist scheiße. Ah, bis dahin hat er so viel Schaden gemacht. Boah, jetzt muss ich echt meine Grafikaschen runterpegeln. Das ist echt mies. Irgendwas stimmt heute nicht mit meinem PC. Weil jetzt die riesen Frage aufkommen sollte, was das ein Charakter ist, was eigentlich Fragen aufwerfen sollte. Das ist einfach ein DLC. Ganz easy. DLC. Ein anderer DLC als hier. Makromancer. Du hattest, glaub ich, letztes Mal Makromancer, ne Quatsch, ähm... Psycho. Psycho, ähm, ja, es hieß aber anders, glaub ich. Es gab ja Makromancer als DLC und dann das, 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 ähm... Psycho. Richtig. Echt ein Psycho? Ja, ich war ein Psycho. Ja, aber in der DLC hieß das, glaub ich, nicht so. Deswegen... Krieg, Krieg Sub-Psycho. Genau. Also, Krieg, äh, Krieg der Psycho. Als ich hier beschwert hattest, ich, äh, du verwechselst mich immer, hab ich mich halt mal unverwechselbar gemacht. Was mir nur leid tut, bei ihr ein Arm fehlt. What? Wo? Ah, ein Arm wurde anders ersetzt, wie du siehst, der linke. Ach so, ja, okay. So, äh, wir müssen, äh, sagen, ein Problem hab ich heute, ich weiß auch nicht, hab ein kleines Lacken, passiert. Ähm, und wir haben ein kleines Echo möglicherweise auch drin, aber... Sollt uns nicht unbedingt aufhalten. Ratsam für alle, die irgendwas aufnehmen wollen, nützt nicht ein, ein, ein Prozessor-Kern-Tool. Das macht euch nur miese Probleme. Seht man ja grad. So, na... Ah, find ich lustig. Diesen Spiel können mit Sprengstoff und mit Mechanik immer die, äh, Frauen umgehen. Hm. Sprich. 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 Tiny Tina, oder wie die hieß. Ja. Whoah. Alle Skypes gehören mir! Oder? Was? Die kleine. . Die kleine. Die kleine. Genau, ich kann nicht. Wie ist das denn? Uh. Ich hab echt, echt einen Nacken drin. Nein, ist das mies. Na cool. Macht ja nichts. Ich würd sagen, wir machen mal bei... 15... 9. Machen jetzt nur Fahrzeugmäßiges. Weil irgendwas stimmt hier nicht. Nur Fahrzeugmäßiges? Na, Wegfahren und so. Weil sobald ich mehr Bewegung hab, krieg ich einen Lack rein. Und das ist irgendwie nie ganz stimmig. Aber ich will jetzt auch den Partner nicht damit versauen, deswegen... Boah, ich hab grad Angst gekriegt, was das ist. Was? Auf einmal kamen solche blauen Lichtstrahlen bei mir. Einmal ich beerlegt. Die Hardware-Area. Die Hardware-Area. Ach, rein für irgendwie einen Viecher fahren. Ja, auch. Hm. So schnell weg. Sie sind weg oder sie werden nur fahren. Ich kriege hier mit Ellie. mhm, jo Hahahaha ... Gehe, diese Slay. Plumpe Chemikalie. Fügt mehr Schaden zu. Boah, das ist ja meine Extrems-Karte, ey. Du treffst nicht mit den ganzen Attacken, bitte. Ich hätte dich kühlen sollen, als ich die Schafe zu hacke. Sorry, wie bitte? Du musst lauter sprechen. He he, das war super. Oh, hi, hab dich gar nicht gesehen. So, Moment. Na, nicht anquatschen, bitte. Okay. so so gleich geht es hier weiter 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 so six Vielen Dank. 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 Vielen Dank.